Tja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Schnelltutorial zu meinem Hochspannungsmastensystem. Dieses Tutorial soll nur die Grundlagen des Baus einer normalen Trasse darstellen und keinerlei Zusatzinformationen enthalten, wie es das Haupttutorial, also das volle Video, enthält. Das ist quasi gleichzusetzen mit der Kurzversion in der Dokumentation. Wir beginnen direkt mit einer Trasse, stellen dafür erstmal den ersten Mast auf, nachdem wir die Trasse natürlich sorgfältig geplant haben. Und an diesem ersten Mast werden wir an einer Seite, wichtig ist wirklich nur an einer Seite, ein Gleisstück ansetzen. Das Gleisstück geht jetzt erstmal gerade ab, es ist ein gerader Mast. Das Gleisstück kann irgendeine Splineart sein. Wichtig ist, dass wir einen Mastabstand zwischen 200 und 400 Meter machen, weil das der Realität entspricht. Weniger ginge natürlich auch, mehr sollten es nicht sein. Und wichtig ist, dass wir vier Gleisstücke verlegen. Ich nehme jetzt eine Länge von 60 Metern pro Gleisstück und lege jetzt vier Stück nacheinander dorthin. Das ist unsere erste Mastverbindung. An diese Mastverbindung stellen wir jetzt den zweiten Mast wieder, muss die mittlere Gleisstück oben verbunden sein. Das schiebe ich jetzt hier hin. Ich mache das übrigens alles in 2D. In 3D kann man es auf der anderen Version sehen. Hier ist es jetzt einfach der Geschwindigkeit halber in 2D einfacher zu bewerkstelligen. Wir drehen diesen Mast. Wir möchten nämlich einen Abspannmast haben. Das heißt, die 180 Grad, die gerade eingetragen sind, verwandeln wir in 170 Grad. Wir möchten einen 20 Grad Knick hier erzeugen. Den Mast drehen wir um den halben Knickwinkel. Setzen jetzt erneut hier oben ein Gleisstück an. Und das drehen wir nochmal um 10 Grad, sodass wir insgesamt auf 20 Grad kommen. Bei der Mast nur um die Hälfte dieses Winkels gedreht ist. Dieses Gleisstück oder diese Gleisstücke vervielfältigen wir jetzt auch viermal, sodass wir wieder auf vier Zwischengleisstücke kommen. Und an dieses letzte Gleisstück können wir nochmal einen Mast andocken. Das ist dann unser dritter und letzter Mast. Das ist unsere fertige Trasse. Den letzten Mast möchten wir, dafür muss ich einmal in die 3D-Ansicht gehen, diesen letzten Mast möchten wir in der Höhe anpassen. Bedeutet, ich hebe jetzt mal so ein bisschen den Boden an. Und da dieser Mast jetzt natürlich im Boden steht, müssen wir ihn anheben. Denn es bietet sich trotzdem an, erstmal diese Verbindung hier auf einer Ebene, also eben zum Boden zu verarbeiten und den Mast erstmal im Boden stecken zu lassen. Und dann hinzugehen und den Mast in 3D an seiner Höhe anzupassen. Wichtig ist nur in seiner Höhe und dass wir vorher eben parallel zum Boden sind, damit der Mast nicht irgendwie gekippt steht. Dann kann man hingehen und sagen, man passt dieses Gleisstück, das letzte, auch in der Höhe an, sodass es oben wieder am Mittelpunkt andockt. Jetzt haben wir hier einen Höhenunterschied und diesen Höhenunterschied können wir ausgleichen, indem wir das Zwischenstück hochbiegen. Das ist für das Tool kein Problem, das kann man problemlos machen. So, auch hier wieder natürlich eine gerade Verbindung und jetzt haben wir hier diese Winkel. Was als nächstes gemacht werden sollte, ist, man sollte sich einmal die IDs der Masten ausschreiben. Wir gehen in die Masteigenschaften, in die Immobilieneigenschaften und schreiben uns den Luan-Namen, diese Nummer hier auf. Das ist einmal die 1 für diesen Mast und einmal die 3 für den Endmast. Wir brauchen das, weil es Start- und Endmast an der Strasse sind und die müssen wir später im Tool angeben. Als nächster Schritt, damit die Gleisobjekte nicht zufällig irgendwie rumhüpfen, empfehle ich immer, die Gleisobjekte zu sperren. Objekt sperren. Über einen Rechtsklick in das Kontextmenü, einfach sperren und somit schon mal vom Wegbewegen zu sperren, sodass sich da nichts mehr ändern kann. Die Masten sind ab jetzt sowieso festgesetzt. Änderungen dürften nur noch jetzt erfolgen. Jetzt beginnen wir nämlich damit, die Isolatoren aufzuhängen. Die Isolatoren finden sich natürlich auch hier. Wir haben 220 kV Masten genutzt, also nutzen wir auch 220 kV Isolatoren. Hier an die beiden Endmasten der Trasse entsprechend gerade Isolatoren. Die hänge ich jetzt einmal schon mal auf und an den Mittelmast, der einen Winkel bildet, kommt eben ein Winkelisolator. So, es ist möglich, dass verschiedene Isolatorarten, sprich verschiedene Spannungen einmal und auch verschiedene Leitungsarten an einer Trasse verbaut werden. Wichtig ist nur, dass immer ein Isolatorplatz an einem Mast der gleiche sein muss, sprich der gleiche Typ sein muss. Sprich der obere, äußere, zum Beispiel jetzt hier in dem Fall, muss die ganze Trasse über konstant die gleiche Art haben. Natürlich Winkel und so kann man untereinander kombinieren mit geraden Stücken, aber die Art muss hier immer gleich bleiben. So, jetzt setze ich hier noch den 20-Grad-Isolator an. Halt immer mit diesem kurzen Gleisstück an das kurze Gleisstück. Da sieht man auch direkt, ob das richtig gemacht ist oder falsch. Und damit sitzen jetzt auch schon alle Isolatoren da, wo sie hin sollen. Als nächster Schritt sieht man, dass diese Isolatoren noch falsch herum gedreht sind. Dafür gehen wir einmal in den 3D-Editor und passen bei allen Isolatoren die Trägerbreite an, indem wir in die Objekteigenschaften des Isolators gehen und über die Achse Träger die Breite des Trägerstücks anpassen, damit diese an die Traversenbreite angepasst ist. Das habe ich jetzt einmal beispielhaft an einem geraden Isolator gemacht. Interessanter wird es aber an einem Winkelisolator. Hier können wir das Ganze dann auch per Ziehen in die eine Richtung einfach breiter machen, bis diese silbernen Halterungen außerhalb der Traverse liegen. Das mache ich jetzt für die 3 hier einmal. Dann kann man es nämlich einmal ganz gut sehen. Und am oberen auch noch. Auf der anderen Seite, die Isolatoren, die sind in die falsche Richtung noch gedreht. Das bedeutet, wir müssen die Achse nicht in die Richtung ziehen, sondern in die andere Richtung. Dann wechselt quasi der Knick in die andere Richtung. Das machen wir halt auch für alle 3 Isolatoren. Ziehen auch die richtige Breite direkt wieder hin, sodass die Isolatoren passend ausgerichtet sind. Das sieht man auch direkt in 2D in der Ansicht. Und das war der Bau der Trasse. Die Anlage können wir jetzt speichern. Ich speichere die Anlage jetzt unter dem gleichen Ordner, wo auch schon die Volltutorial-Anlage war. Und ich schreibe jetzt mal Beispielanlage schnell. Das ist gespeichert. Und jetzt öffnen wir das Freileitungstool. Wir bestätigen einmal die Benutzerkontenabfrage. Sagen dann hier Datei laden. Und laden die gerade eben gespeicherte Anlage. Jetzt müssen wir bei der Immobilien-ID des Start- und des Zielmastes einmal die 1 und die 3 eingegeben, die wir vorhin aus der Immobilie ausgelesen haben. Grünen Zahlen bedeuten, dass diese beiden Zahlen auch funktionieren, beziehungsweise Masten sind. Wir könnten alle Objekte direkt sperren. Das wollen wir jetzt nicht. Wir könnten alle Höhenwarnkugeln aufhängen. Das wollen wir. Wir wollen auch Schwingungsdämpfer aufhängen. Aber wir möchten nicht den Durchhang reduzieren. Also sagen wir verbinde Masten. Und wir bekommen diese Abfrage der Warnballbereiche, die wir gerade ausgewählt haben. Die Definitionsrichtung ist vom Mast-ID, Start-ID, in dem Fall 1, zum Mast-Ziel-ID, in dem Fall die 3. Und dazwischen werden alle weiteren Masten aufgelistet. Wir möchten jetzt vom ersten Mast bis zum zweiten Mast. Das sind jetzt nur die ID's der Masten, nicht die Abfolge, sondern einfach nur, dass der Mast an zweiter Position die ID 2 hat. Ansonsten wären das andere ID's. Diese setzen wir jetzt fest in diesem Bereich. Das müssen wir unbedingt machen. Sagen hier noch eine Farbe. Wir möchten Rot-Weiß gerne haben. Drücken auf OK. Und es wird uns bestätigt, dass 14 Leitungen gelegt wurden mit 56 Gleisstücken und 113 Immobilien. Alles klar. Und diese Datei speichern wir jetzt unter neuen Namen. Neuen Namen deshalb, um einfach Datenverlust vorzubeugen. Deswegen ist da hier ein MS hinter angehangen. Und das speichern wir jetzt einfach so ab. Anlage speichert. Wunderbar. Jetzt können wir in EEP die gespeicherte Anlage einmal laden und sehen jetzt schon direkt in 3D, dass alle Leitungen passend verbunden wurden. Wir haben hier vorne in dem Bereich Warnkugeln aufgehangen. Wir haben hier an den Isolatoren die entsprechenden Schwingungsdämpfer aufgehangen. Zwischen den Leitungen hängen Bündelabstandshalter. Das wäre händisch alles nicht so einfach möglich gewesen. Auch dieser Höhenunterschied wird problemlos überbrückt mit einem Durchhang, der sich etwas mehr zum tieferen Mast hinrichtet. Genau. Und das wäre der komplette Prozess einer Trasse zu bauen. Das Ganze kann man natürlich beliebig lang ausführen. Und im Tool könnte man auch mehrfach hintereinander direkt mehrere vordefinierte Trassen dann auch wirklich schon erstellen. Dafür bräuchte man die Anlage nicht doppelt abspeichern und so weiter, sondern könnt ihr das direkt nacheinander machen. Wir haben jetzt nur diese eine Trasse gehabt. Wir haben sie erstellt. Das wäre der komplette Prozess. Ja, damit wünsche ich viel Spaß mit dem Modell. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, damit wir dann auch noch nicht gut Adeussehen gucken. Das ist das, was wir zu sagen.